Willkommen zu einem neuen Kapitel, Leopard at Ice. Ja super, der Jasche hat jetzt gerade versaut. Ja, das ist die Kampagne von Leopard at Ice. Die ist im Leopard at 2 auch mit enthalten. Also, viel Spass. Haben wir da noch etwas Lustiges? Nein. Wirklich nicht Lustiges. Nope. Ja und dieses Mal habe ich die Rolle der Schlampen übernommen. Du siehst so kapflos aus. Hui. Weih. Weih! 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 Wuch ja nicht, aber ich möchte es gerne haben. Dafür habs ich meine Diegel. Oh ja, Diegel. Au! Au, 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 au. Tschocke. Ja, wo ist Diegel? Ich habs wieder habs. Weih, sie den, Alter. Hu, 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 hu. Ohhhhhhhh. Dann nehme ich noch mal eine. Ja komm. Awww. Wir sind Bunnyhoppers. Gaby, willst du hier noch Scharf schützen? Oh, der Saftsack! Ah, der Hitler! Oh! Gut gemacht! Bitteschön! Ah, Drogen! Ja, genau! Oh Mann, wie das vorne gerade getönt hat! Oh, Bill! Ja, mach's mir! Oh-oh, und wer ist der Bill? Ja, schon gut! Ja, beruhig dich wieder, gell? Ja, weiss, ich bin so fasziniert von dir! Du warst ein alter Sack, wo du nur so viel Ausdauer hast! Ja, eben! Mach mir da was vor, hä? Psst, hab mir Sex nie mehr! Aha! Oh! Oh, oh! Wel-come! Oh! Weisst du, was ich jetzt gerade machen wollte? Grab' an a pipe bomb! Jetzt wollte ich gerade wie im PDA 2 den Haken aufschneiden! Hm, 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 hm! Ich bin schon gefragt, wie so eine Zange nicht angezeigt wird! Es ist gerade am fliegen. Hoi! Ja, er holt jetzt wieder Muni. Muni, Muni, Muni! Weeeey! Ich finde das so lustig. Wenn du auf die Uhr schiessest mit dem Schutzanzug, die fühlt sich noch so schön aus. Musst du mal direkt aufs Glas schiessen, dann ziehst du dir das Gesicht aus und ziehst du... Ja, mach mal auf, ich schmeisse gerade Ding rein. Gut, 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 gut! Go, Noel! Oh, shit! Oh, fuck! Ja, wo ist dein Einsatz? Oh, oh! Ach du Scheisse, ey! Ja, natürlich! Hitler will mich noch mal vergewaltigen! Schwacher Mensch! Hey, pass auf, ich bin Feministin! Oh, oh! Oh, oh! Fight an! Oh! Ja! Ja, ich bin Feministin! Komm hierhin! Ich zeig dir das Feminismus hin. Ah, fuck! Ja, genau, echt. Das ist so viel zum Feminismus! Oh, oh, ich werde Haken gefütet und ich kann dich nicht leben. Moment, eine Sekunde. Ah, deine Mund. Jeho, du hast nirgendwo einen Jockey. Oh, oh, gefunden. Und äh... Das ist ein Jockey. Ja, ich war jetzt gefüttert. Oh, ein Pempo für dich. Etwas hört sich sehr gesund an. Ja, genau. Ja, gibt es das Gefühl, was ich... Ja, genau. Irgendwann hat Jungs und Zombie den richtig krassen Sog brennen. Ich bin mir. Ich bin mir. Ich habe ihn gefunden. Ich habe ihn gefunden. Ja, natürlich. Ich habe ihn gefunden. Ich habe ihn gefunden. Ja, natürlich. Tuck, 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 tuck. Oh, ja. Oh, weg. Mal, mal. Dumm, dumm, dumm. Smoker. Wir sind geradezu. Das wird noch niemand umgebracht. Hi, Atlant! Ja, Gabe, was siehst du? Ja, was will ich sagen. Oh, einer mit Bauhelm. Oh, Gane. Hey, nur eine Arbeit. Krass aus euch, gell? Ja, du musst nicht deine Kollegen anzünden. Weisst du, ich zünde dich an und rauche dich jetzt. Ich kann keinen Finger rauchen. Du wusst's. Benutzen wir einen Zombie als Bonk. Genade! Witch? Führe ich da rechts? Nein, Boomer. Ach du Scheiße. Gefunden! Explodiert. Das könnte man schon fast als Speedrun aufnehmen. Narri. Ja, aber so schnell sind wir noch nie da hinten gewesen. Okay, okay. Ah, das nehme ich. Ja, toll. Und ich bleibe mal unten. Was machst du da unten? Ich schmuse mit den Zombies. Ja, definitiv so schnell sind wir noch nie da hinten gewesen. Fuckin boi. Und wie läuft's mit dem Ting? Ähm, Moment. Ja, du. Das ist besser als letztes Mal auf jeden Fall. Gut. Das ist sehr gut. Hey Gabriel. Zieh dir mal das rein. Wah. Ja, halt da, wah. Wir haben jetzt morgen schon gesehen. Hm, Maltesers. Ja. 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 Kein einziger wäre es gekommen. Glauben wir es. Nicht ein einziger. Du hast mir auch keinen abgehend letztes Mal. Ja, ja. 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 Gut. Steige jetzt auch deinen Vater runter. Für eins Mal Tesers. Was wird sich endieren? Was wird sich endieren? Ja. 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 Du, was willst du von mir? Äh, da. Du, ich muss dir eins sagen, ich stehe leider nicht auf SM. Okay, schau, hier kannst du sie haben. Hau ab, die ist schon leer. Nein, die ist nicht leer, die ist voll. Ja. Da, nimm sie jetzt, sie ist voll! Zumbring-Botsch an. Ja, wir sind ja scheiss doch, ich will das Hackenbein und wir gehen nicht los. Ja. Oh oh, oh oh, oh oh. Oh, oh oh, oh oh, oh oh. Ich gebe dir, okay, Katana, ich bin so scheiss. Dumm-ti-dum-ti-dum. Ach, wie seiss ich. Zehnt euch mein Feminismus rein. Ja, okay. Was, 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 was möchtet ihr alles von mir, hä, hä, hä? Ich rumbringe, weil ihr ein scheiss Feminist bist. Ja, genau. Feminismus ist nur eine Art hässliche Frauen in die... Oh, wie heißt sie wieder? In die Zivilisation einzubringen. Nein, zu integrieren, jetzt habe ich es. Genau. Herzlich willkommen miteinander bei einem neuen, bei einem neuen Kapitel, Left 4 Dead 1. Ja super, der Jasche hat es gerade versaut. Ja, das ist die Kampagne von Left 4 Dead 1. Die ist im Left 4 Dead 2 auch mit enthalten. Ach so. Okay. Okay. Also. Viel Spass. Haben wir da noch etwas Lustiges? Nein. Das ist wirklich nicht lustiges. Nope. Spass nicht daran lustiges. Ja, und dieses Mal habe ich die Rolle der Schlampen übernommen. Deswegen. Wie heißt es? Wie heißt es? Wie heißt es? Oh nein. Wie heißt es? Das müssen wir heute ausdrücken. Ich brauche nicht, aber ich möchte gerne einen. Dafür kann ich den Deagle haben. Oh ja, Deagle! Oh, 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 okay. Ja, wo ist Deagle? Ich habe sie in der Hand. Ja, ich weiß sie nicht, Alter. Yes! Dann nehme ich gerne mal eine. Wir sind Bunnyhoppers. Gaby, willst du hier noch scharf schützen? Jetzt im Moment gar nicht. Oh, der Saftsack. Ah, der Hitler. Gut gemacht. Bitteschön. Ah, Drogen. Ja genau. Oh Mann, wie das vorne gerade getönt hat. Oh, Bill. Ja, mach's mir. Oh oh, und wer ist der Bill? Ja, schon gut. Ja, beruhigst du dich wieder, gell? Ja weiss, ich bin so fasziniert von dir. Du warst ein alter Sack, wo du nur so viel Austausch hast. Ja eben. Mach dir da was vor, he? Psst, hab ein Sex nie mehr. Was soll ich denn machen? Mhmhmhmhm. Aha. Ohhhh. Welcome. Oh. Oh, weisst du was ich jetzt gerade machen wollte? Das wollte ich gerade wie im PDE 2 den Haken aufschneiden. Ich habe mich schon gefragt, wie die Zange nicht angezeigt wird. Ja, genau. Das ist gerade am fliegen. Hoi! Hier, er holen jetzt wieder Muni. Muni, Muni, Muni! Weeeey! Ich finde das so lustig. Wenn du auf die EU schiessest mit dem Schutzanzug, die fürstelt noch so schön aus. Du musst mal direkt aufs Glas schiessen und das Gesicht ausziehen. Ja, mach mal auf. Ich schmeisse gerade Ding rein. Gut, 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 gut. Go Noel! Oh fuck! Ja, wo ist dein Einsatz? Oh oh! Ach du Scheisse, ey! Ja, das ist ja so lustig! Ja, natürlich! Hitler will mich nochmals vergewaltigen! Schwacher Wins! Hey, pass auf! Ich bin Feministin! Oh oh! Oh oh! Oh oh! Oh oh! Oh oh! Oh shit! Jaaa! Ich bin Feministin! Komm hierhin! Ich zeig dir das Feminismus! Ah fuck! Ja, boah! Oh eh, schon seh! Das ist so viel zum Feminismus! Oh oh! Ich werde Haken getötet! Ich kann mich nicht leben! Moment! Eine Sekunde! Danke! Hehehe! Ach du hierhin ist Muni! Ammo hier! Weapons hier! Hehehe! Hehehe! Du hast nicht irgendwo einen Jockey! Naja! Oh oh! Gefunde! Hehehe! 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 Er ist ein Jockey! Ja ich weiß! Gefunde! Pft! He! He! doch ein Pumpe für dich etwas hört sich sehr gesund an ja genau, ich hab jetzt das Gefühl gehabt, wo du schick bist irgendjemand hat irgendein Zombie den richtig krassen Sogbrennen ein Bühner ein Bühner ein Bühner ein Bühner ein Bühner ich habe einen gefunden die einfach addet rlieg Riech Ah bloß g gut BACK ... Smoker... ... dass noch niemand umgebracht hat... Heimatland! Ja, Gabe, was ist? Oh, einer mit Bauhelm... Boah! Hey, nur ein Auica... Krasser, sag ich, gell? Ja, du musst nicht deine Kollegen anziehen... Ah, weisst du, ich zieh dich an und rauch dich jetzt! Ja, ich kann keinen Finger rauchen! Du wusst's! Benutze mal einen Zombie als Bonk! Grenade! Witch? Führe ich da recht? Nein, Boomer! Ach du Scheiße... Gefunden! Explodiert! Das könnte man schon fast als Speedrun aufnehmen... Nein... Ja, aber so schnell sind wir noch nie da hinten gewesen... Okay, okay... Ah, das nehme ich... Und wie läuft's mit dem Ping? Äh, Moment... Ja, du... Das ist besser als letztes Mal auf jeden Fall! Das ist sehr gut! Hey, Gabriel! Zieh dir mal das rein! Nein... Ja, halt da! Wir haben jetzt morgen schon gesehen... Hm, Maltesers... Nein... Kein einziger wäre es gekommen, glaube ich... Nicht ein einziger... Das hast mir auch kein Abgehen letztes Mal... Ja, ja... Ja, das hätte ich richtig überholt... Ja, okay, gut, steige ich jetzt auch wieder vorne runter... Für eins Mal Tesers... Was wird sich endieren? Für einen Ballett... Ja, für einen Ballett... Hackebeil... Du, was willst du von mir? Äh, da... Du, ich muss dir eins... Du, ich muss dir eins sagen... Ich stehe leider nicht auf SM... Okay, schau, hier kannst du sie haben... Hau ab, die ist schon leer... Nein, die ist nicht leer, die ist voll... Ja... Da, nimm sie jetzt, sie ist voll... Zubi, ich muss schon... Ja, wir sind ja scheiss, doch wie willst du das Hackebeil... Ja... 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 Oh... 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 Ah... Was, 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 was möchtet ihr denn alles von mir, hä... Hä, hä? Geh mal... Mich rumbringen, wenn du Scheiss-Feminist bist! Ja... Feminismus ist nur eine Art hässliche Frauen in die, oh wie heißt es wieder, in die Zivilisation einzubringen. Nein, zu integrieren, nicht Sanis. Genau. Da, friss, friss, friss. Sauhund. Ja komm, die verbrauchen wir jetzt noch. Oh, hab ich gefunden. Ich steh mal auf. Explosives. Ja, leisig, oder? Aha, hat er wieder mal mein Bidikit gegloppet. Fradis, ich hab's gebraucht. Hehehe, er hat schon wieder bei uns gegloppet. Ja, wofür dies? Weisst du, das Problem ist, wenn ich Brandmuni aufnehme, Genau, das ist jetzt. Ja, dann la Kommunen ist. Ja, dann lasst du automatisch, entweder, den Defilibrator oder jetzt das Teil anher wie das whatnot ausgesprochen wird. Wow, wow, wow. Defilibrator. Ja, es ist schwer auszusprechen, weisst du? Defibrator. Defibrator, weiss ich. Ah ja. Oder Knickmassage. Ah ja. Hey, hast du schon mal das Headset ange... Ähm... Nein, du hast das Headset noch nicht gesehen von meinem Bruder. Nein. Warte mal zu mir vorbeikommst, du musst es dann anschauen. Das ist... Das ist im Fall... Das ist im Fall kein Headset, sondern ein Vibrator für die Ohren. Das hat... Der hat einen Bodyshaker drinnen. Wie ein Zapfuch mit dem Mikrofon integriert. Ja. Ja, ich habe die schöne Ohren vor dem Bühne. Kostet... Kostet 100 Steine. Und ich muss euch sagen, das hat bis jetzt... Sogar die beste Soundqualität, wie ich immer gehört habe mit einem Headset. Und wieso hast du da nicht? Weil ich das bis jetzt noch nicht gekannt habe. Ja. Das ist ganz nett. Hast du kein Geld? Ich habe kein Geld. Geld als Stift habe ich eh nie. Geld als Stift habe ich eh nie, also von dem her. Ich habe kein Interstift. Gell? Ja, hast recht, wenn du in der Schweiz letztes... Ja, Mann. Ich möchte... Ich möchte... Ich möchte lieber verdienen wie so einen... so einen deutschen Stift, weisst du? Ja, Mann. 200 Euro im Monat! Wow, Mann, ist das viel! Pfff, 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 pfff. Ich habe es in der Woche damit ich verleben. Pfff, 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 pfff. Ja, aber die 200 Euro, weisst du, wie schnell wären die weg da? Ja, ha! So lange... Das ist ja einen Tag weg. Witch? Ja, ich will killen! Wo ist sie, wo ist sie, wo ist sie? Oh, Noel, du kassierf wieder einen One-Hit. Das war jetzt aber echt unfair. Das war mein Feminismus, bitch. Oh, oh, das ist mir! Sack du! Du! Ich wollte schon immer mal ein bisschen Heroin und so. Haha, aha! Ja, du! Dum-ti-dum-ti-dum! Ja! Wer übertreibt es da wieder mal so masslos? Jetzt noch einer. Aja, komm Friis! Ich habe dich angesündet. Es war mir ja klar, bist du auf Timo, du? Das gefällt mir, weisst du? Weisst du, ich wollte etwa ein Feuer geben, ich habe gesehen, dass ein bisschen Zigaretten ausgegangen ist, also nicht etwa ein Feuer geben, weisst du? Bilibom Smoko, Smoko Weisst du, ein Schuss, wie ein Öko kommt her und her wie ein Häschen Hüpf, hüpf, hüpf Verdammt die Kackfotze Hüpf, 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 Hüpf hüpf Weil du wirst verfolgt, nur noch zur Info Oho, so ein Grußiger, so ein Grußiger Ah! Äh Dumti-dum-te-dum Ah, weisst du was? Das könnte ich jetzt gleich machen. Ja, Moment, ich will da auch. Ah, ich hab die Pille eingeworfen da, Mann. Ich hab die Spritze gegeben. Gerade der goldige Stich. Ah, fuck, hat verdammt viel genutzt. Wow, jetzt komm ich schneller. Die Polizei erlaubt. Ja, ja, ich will da auch noch die Züri durch. Jetzt musst du da noch... ...das Bergchen hochreuchen. Okay. Schon weiter, was willst du nur alt Pop von mir? Sorry, Star. Ah, Bill! Yo, schnell noch!